Auch wenn sich die politischen Prioritäten eines Landes verschieben können, müssen die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung maßstab politischer Entscheidungsprozesse bleiben. Sie konsequent in Institutionen und Mechanismen zu verankern, ist eine Frage erfolgreicher Regierungsführung. In Costa Rica ist die Integration von Nachhaltigkeit in Koordinationsprozesse zwischen den Interessen unterschiedlicher Ministerien ein zentrales Merkmal der Politik. Anhand einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie setzt jede neue Regierung einen Umsetzungsplan auf. Ein eigenes Ministerium ist für dessen Evaluierung verantwortlich und berichtet dem Regierungschef und der Öffentlichkeit regelmäßig über den Stand der Zielerreichung. Auch Ghana hebt sich von seinen Nachbarn ab, was den Aufbau stabiler Institutionen, den Respekt vor Recht und Gesetz und nachhaltige Entwicklung angeht. Das Ghanaische Ölgesetz legt fest, dass 30 Prozent der staatlichen Öleinnahmen in langfristig angelegte Staatsfonds fließen müssen. Der Rest darf im aktuellen Haushalt verwendet werden, allerdings auch nur für besondere Entwicklungsförderung. Finnland zeichnet sich durch den Aufbau und die stetige Verbesserung der Regierungsinstrumente im Nachhaltigkeitsbereich aus. Das wichtigste politische Gremium ist hier der Nachhaltigkeitsrat. Der Premierminister und die wichtigsten Regierungsmitglieder sind Mitglieder des Rates und tauschen sich hier direkt mit der Wirtschaft und allen relevanten Gruppen der Gesellschaft aus. Die meisten Ministerien bis hin zum Verteidigungsministerium haben in Finnland ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Wie können anderswo Routinen, Strukturen, Prozesse, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten verändert und organisiert werden, damit die Institutionalisierung von Prinzipien der Nachhaltigkeit erfolgreich verläuft? Dein Wir unbelüssen Wirึ Wir werden Wir